ja willkommen zum zweiten tag unseres advents specials ich freue mich dass du dir wieder die zeit nimmst und habe heute eine aus meiner sicht besonders nette idee für dich nämlich den liebes blick pinsel dabei stellst du dir vor dass dein blick ein ganz ganz weicher pinsel ist mit dem du deine gesichtszüge im spiegel streichelst eine sehr sehr wohltuende meditation lass dich darauf ein sie dauert nicht lang aber es ist unendlich wohltuend und wie ich dir letzte woche schon gesagt habe wenn es dir gut geht wenn etwas dir wohl tut geht es auch deinen lieben gut und dann tut das auch deine umgebung wohl weil du einfach über dein herbst fällt mehr wohl befinden ausstrahlst